ja er ist nicht mehr das habe ich jetzt irgendwie gar nicht verstanden alles maximus das ist ein Tier ich bin seit Jahren er ist diese minderwertige Waffe die Freie haben ja oder fertig haben nun nicht in der Scheiße hier umgehen es heißt noch nie spielt hier es kommt das nicht mehr er wird ja mal Zeit oder Digga was habe ich denn für Tarnung an naja ein bisschen dunkel alles was wir können ja wir können ja die nächsten 10 Minuten über die Tarnung reden das ist kein Problem also muss schon geklärt sein gell ich hab heute rosa an Mann das gibt es noch nicht ja wir müssen glaube ich weiter zusammenbleiben also Hände halten ja ich hab mir gewundert warum du vorstürmst wenn du hinter die auf dich schießt aber ja ich wollte abhauen gehen wir mal bei den anderen äh äh Mr. Two Hands ja gut guck mal da vorne da vorne oh das war richtig wie hier in der Erschießung weißt du das ey komm Fahrzeug Fahrzeug alter ja 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 los Foles Lauf AUM Mensch warum musst du irgendein Ochse kommen ich hab nicht gerecht hier ja dann halt die Karre aber da muss noch einer bei den äh komischen Container stehen die haben den Panzer ficken ja 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 wir ficken euch jetzt richtig aber so richtig schön ja hier vorne muss irgendwo einer sein ja 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 uge du hast eben angehittet ja hinter uns ja hier drin ist er Die sitzen alle drinnen, hier in diesem komischen Bunker hier Aber ich krieg's nicht kaputt hier mit meiner Ja, ja, ich lieg da vorne Das klingelt immer, ich weiß nicht, ob das jetzt Madbull ist Madbull gibt's nicht mehr Man, ich meine Knochen hier Schwellkörsex Ja, ja Ich hab's mit dem Namen Au Ja, der hat von oben geschossen, ich krieg die einfach nicht Ja, schön geschlafen Links, 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 links Oh, links Achso, ich hab recht, guck, ich bin ne Frau Scheiße Ja, hab ich Wen hab ich denn da? Ach, hier ein Profi-Analus Oh, vorne uns, vorne, vorne uns, hier Ja, ja, ich hab's da schon in was gesehen, irgendwie Äh, irgendwas Schmeiß mal ein Päckchen Er ist schon gar nicht mehr da, er lauft auf der Stelle Ja Der Der einer, was bei uns im Squad noch war Äh Lass uns mal ein bisschen die Wände kaputt zu machen, oder? Ja, schön die Deckung wegnehmen Simon hinter dir, irgendwo Boah, da ist Edda, danke, du Keine Serie Wer ist denn eingegangen? Rat, wo war der? Ah, fuck, okay Da war ich ja Ja, siehst du noch was? Nee, ich seh gar nichts M16, Lobo Nein, dann machst du diesmal ein Video über die M16 Es war einmal M16 Da vorne, wa? Ja Ja, Happen Ah, fahr lieber, fahr lieber weg, ja Oh, warte mal Da oben Ja, ja, der ist ab, der ist weg Spring doch runter vom Haus, ja Hast du ihn? Nee Ja, jetzt Oh, warte mal Irgendwas Sie uns grad an hier Ja, oben vom Haus Von dem Das kann doch nur einer von denen da drüben sein Von Unseren Kosmonauten Ja, Simon Du, wer hat den? Das kannst du mal passieren, ich glaub sonst Nee, ich hab nichts zum Reparieren, ich bin Sunny Ja Genau, du ihn wiederbeleben Ficken Vorne Alter Da Du hast dich selber getötet, oder? Ja Au Ja, wollt ich denn sagen, weil ich hab grad noch auf dich geschossen, außerhalb Ah, scheiße Hab ich gewusst, dass du das machst Profi-Anal-Wurst Euer Panzerscheiß ist kaputt Ne Ach Hör auf Jetzt haben wir ja keine Chance mehr Ratte Boah, jetzt Was hab ich jetzt gemacht? Maximus Au Mann, lass mich doch mal den Typen wiederbeleben, ich bin doch nur Arzt Ich bin doch Arzt Oh Oh Wo ist ein Ghetto, gar nicht mehr dabei hier Hast du ihn? Ja Komm erst mal rein hier, lass mal rein hier Ich muss erst mal wiederbeleben hier Ach Ne, Ghetto ist nicht mehr, äh, Knochen Ach man, jetzt hört auf hier Ja, Ghetto-Knochen ist nicht mehr dabei War der Au, hinterher Ja Ja Au Ich hab Keks getötet Alter, müssen die immer in den befuckten Weg stehen Ja, geblieben Blüpp, blüpp, blüpp Ah Ein Sniper oben Der sitzt oben auf dem Dach Ah Mann Bei diesen Ja, hier Oh, ich versteh's not Die sitzen alle da oben auf dem Dach, die Hunde Äh Ah, hinter mir Mein Gott, Ratte Ah, ja Schön mit Schalldämpfer, ne? Ja, klar Natürlich Der macht auch nichts anderes Der nimmt ja auch so eine Waffe, ne? Die er schon tausendmal genutzt hat Wer? Du Dann check mal deine neue Aufträge Dann würdest du wissen, dass du in allen vier Klassen mit der UMP 50 Kilos machen musst Also spiel ich die UMP Ich hab da nichts gesagt Von oben Mein kleiner, aggressiver, übersensiver Freund Von oben Ahhhh Mach ihn fertig Mach ihn fertig Aber die UMP, ja die ist in Ordnung, aber ich fliege jetzt nicht Die UMP ist seit letztem Patch richtig heftig Ja, hab ich noch nicht ausprobiert Ich finde ein bisschen lahmarschig vom Output Oh Oh ja, und dann kommt Darth Vader für Arme ums Eck he Ja, der geht mir auch auf den Sack Er leckt mich doch am Arsch he Der Mistgebot, da gibst jede Waffe in die Hand he Der natzt dich weg, egal mit was Ja Ah fuck Der Maximum Ach ja Das war dann irgendwann die Munitionswahl Ja, guck mal hier, Madbull würde ich wiederbeleben, oder? Ne Ich hab ihn wiederbelebt Me Ah, wo ist Sunny, ja Okay, danke Klar Hat aber auch nur funktioniert, weil du Sunny warst Ach Sag bloß Was ist denn eigentlich der Rest von uns hier? Oh, ey Kaputt Fahrzeug Hm Ich komm mal bei dir aus, Wartiger Ja Ah fuck Au Weg hier, weg hier Irgendeiner will mich hier umbringen Was fällt denn ein? Oh ey, alle so einen starken Waffen Hier, P90 M416 True D2 Ah ne, schaff ich nicht mehr Au, schon wieder Ich hab mal überlegt, zu dir zu kommen Wiederbeleben, aber dann schießt er so ein Mongor auf mich Wo schießt? Ja Da, da ist ja auch einer Ah, ich hab ein Komm mal einfach mit Hier in das Haus, irgendwas hat mich schon wieder rot angeleuchtet Ah Au Diese Rotanleuchter hier Au, von der Seite, von der Seite Ach, was ist denn schon verloren? Alter, die zwei Ficker vom C-Scot, die gehen mir so auf den Sack, hey Äh Oben, hinter dir, hinter dir, achso, der bist du gar nicht Nee, das ist ein anderer Mongor Aber Ich schmeck mal Granate Granate fliegt Ja, toll, ich wollte mit dem Sunnypack erschlagen Oh Fuck Da kommt wieder Ja Der Panzer Hat da hinten einen Schlaubsauger an? Das ist die Obernoobwaffe Das ist auch der Dödelbefriediger Äh Au, nein, wer sitzt denn da in dem Panzer? Ah Ah Der hat doch nicht mal einen Panzerführerschein, au Ups Das war ein Fauxpas Ja, das ist wohl falsch abgebrochen, die Kugel Ich habe doch vorhin gerade die Musik gehört, oder habe ich schon wieder... Das war ein Staubsauger Hahaha Alter, du bist so richtig geil, das war eine 6,9 auf der Richterskala, wie du geflogen bist, ey Hammergeil Ja, hier Darth Vader mit seinem rollenden Todesstern ist am Start, hey Darth Vader, wer soll das sein? Darth Vader Achso Der rockt dem Panzer drin, mit seinem rollenden Todesstern, ne Jetzt ist der Adros Sag mal, egal wo du stehst, diese Piss, die sieht dich sofort Dieses olle Fickloch, ey Oooooooh, schon wieder der Mongo Pass auf Pass auf, Keks, da sind's weh Ja, ja, ihn hat mich da für einen schönen Achso Ja, ich hab's nicht Achso Was hast du denn für eine behinderte Waffe? Ja UMP hier am Anfang, Stahl, ja Weißt du, als Ende, wie wir noch Ba 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 UMP, die tut weh Aua Oh, ich wäre jetzt fast wieder meine eigene Handgranate rein hier ran Du Mistkerl, du frisst hier meinen Stahl Äh, ja Scheiße Äh, es war ja wieder Squad Death Match verloren, yeah Ey, was für ein Oberburner, was haben wir 27 zu... Naja